Die Bitburger Braugruppe unterstützt den Bad Marienberger Firmenlauf unter folgendem Grund. Wir sind sehr, sehr stark interessiert an Sportevents, wo wir unsere Marken präsentieren können, unsere 0,0-Produkte, unsere Passbrausen unter anderem, gleichzeitig aber auch an regionalen Sportevents wie hier in Bad Marienberg, wo wir mit Kunden, die uns seit langen Jahren sehr eng verbunden sind, einen gemeinsamen Auftritt machen, um uns hier gemeinsam zu präsentieren. Ja, ich schätze besonders sehr, dass da Gemeinschaften gebildet werden, die Firmen an sich schließen sich mit ihren Mitarbeitern kurz oder halt auch umgekehrt. Im Nachgang natürlich auf dem Marktplatz unten die Kommunikation unter den Menschen. Ich hoffe ja, dass dann sich zusammengesetzt wird und noch ein kühles Köpi dann zu sich kommen wird. Nach dem anstrengenden Bad Marienberger Firmenlauf sehen wir uns dann am Marktplatz für Kommunikation. Bis bald! Bis bald!